hallo und herzlich willkommen zur zweiten folge zur ddr technik wir kommen aktuell habe ich noch das feld in der letzten folge fertig gemacht und bin jetzt dabei mir einen jahr ladewagen aktuell zu kaufen ich mache mal ganz schnell so ihr habt jetzt mal kurz nix gesehen mal schnell ab und hier ist ja extrem kopfzucken ja sie wie tut mir leid keine zeit ich muss schnell weg ja eigentlich ja eigentlich hätte ich kurz anhalten können aber ich frage mich was günter der jetzt schon gekauft hat das haben wir wohl nicht erfahren oh da ist der bürgermeister siedeln doch malzeit mein freund malzeit mein bester lieber kurt irgendwie fehlt noch das geld für die fabrik hast du leider noch nicht überwiesen ja da war aber sie ist einmal vergisst man seinen namen und dann das große ganze zu bezahlen ja hör mich auf ich überweise ich überweise gleich 600.000 naja dann wissen wir doch was wir zu tun haben gleich sollen wir mal schnell aktuell das stroh hier einsammeln ach ne ich werde dann erstmal schnell die zahlung veranlassen 600.000 so so oh man so oh man so oh man jetzt stroh ich ihn einsammeln so so oh man so oh oh so oh so oh so oh Untertitelung des ZDF, 2020 Das gehört hier alles dazu, Gott sei Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 Das gehört hier alles dazu, Gott sei Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 Das gehört hier alles dazu, Gott sei Dank. 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 Gott sei Dank. So. Haben wir das schon mal, schon ein bisschen gefüllt. Ach so, liebe Leute und ich hoffe, ihr guckt doch mal bei den anderen Kanälen vorbei. Was er das auch mal von einem anderen Ding seht, von einem anderen Blickwinkel. Da würden sich die Leute natürlich darüber freuen und ja, das wird auf jeden Fall lustig. Ne, da wird der Otto zu uns. Ne, da wird der Otto zu uns. Ne, da war tentar. Ne, da wäre der Otto. Ne, da fängt er Pepper sprechnen. Ne, da fällt vorbei. aber meine lieben freunde damit sind wir schon am ende der folge wieder angekommen ich hoffe es hat euch gefallen lasst ein like da wenn es euch gefallen hat wäre schön und nicht vergessen schaut bei den anderen vorbei ist unten in der video beschreibung verlinkt bis zum nächsten Mal